Ich krieg grad... Hör auf los gehts los, ne? Ja, ja. Nein, das ist überhaupt nicht gecheatet oder so. Oh nein. Wir haben bloß die Spielmechanik optimal ausgenutzt. Ah ja, deswegen. Schaffst du... Der hat auch so'n komisches Sprengding, ne? Geschafft. Habe ich mal einen. Wir müssen uns wieder... Aua. Zehn Pixel, naja. Wanns wieder fünf Moltenchor? Ah, ich guck mal. Ein Buch zum Lesen und fünf Chores, ja. Bestehst du auf das Buch, sonst lese ich das. Nö, ich hole auch noch mal. Ach ja, okay. Sag mal. Ich guck mal runter. Habst du? Das ging ja schon mal ganz gut. Aktion, du Bomber. Alles klar? Das geht ja gut. Das ist ziemlich ungünstig, wenn wir das noch so weit auf haben. Und dann kommen sie rein. So lange das Schiff da oben genau drüber bleibt, geht's ja. Nö, nö, nö. Wo ist da so'n Bug? Das ist aus wie ein Bug dort. Ah, ist kaputt. Bug dort. Bug dat. Na los, hol dein Leckerli. Ja, das funktioniert. So. So. Rechts war ich schon. Musst nach links. Ach, das war so'n Riesenplaneten, ne? Ja. Ich hätt' ja gern auch irgendwie so'n... Tech. Ja, das kriegst du. Die brauchen, glaub ich, sowieso Pixel, um irgendwas... diese komische Karte zu machen, ne? 1000? Was für ne Karte? Sternenkarte. Gut, ist noch was. Wollen wir mal drücken mal. Hast du eigentlich noch Fackeln? Ich will ein Stück mehr. Mach sie? Ich guck hier unten mal, was hier los ist. Ich geh mal kurz hoch auf. Die Fackeln sind alle. Möchtest du auch den Amboss haben? Natürlich. Müsst du den Amboss an dem Amboss bauen? Weil ich hab' ihn grad abgerissen. Nein, muss man nicht. So. Oh, 300 Pixel für den... ähm... Komma hoch. Hat das heute nicht. Ich kann's mir leisten. Brauchen wir gar nicht mehr. Hatten schon. Ähm, jetzt holt man die restlichen 9 Molten Core hin. Die, äh... In ne Kiste. So. Was brauchen wir dann? Ihr seid lieb, ne? Nee, die sind nicht lieb. Wir brauchen 450 Pixel. Du hast gesagt, die sind lieb. So, das kann sein. Kannst du das hoch oder nicht hoch? Wie viel Pixel brauchen wir? 450. Na dann bleib ich lieber noch unten, wa? Nicht so viel. Nee, ich hab 350. 380. Ja, ich hab noch 638. Für die Sternen... Oh, was denn das? Ja, für die Sternenkarte. Hier ist ein... Äh... Wie heißen die? Florana. Dann komm ich mal kurz hoch. Hier, raus und links. Raus und links. Ich hol mal jetzt die Sternenkarte, kell? Da brauchen wir eigentlich... Ne, ich brauch ja auch eine. Jetzt kann ich... Neue Rüstung bauen. Zinnbar. Zinnbar. Und ab. Da ist der Biesel, wie der Geier hier. Und noch zwei. So erstmal die Welt erkunden. Ja. Starbound, liebe Freunde. Bin mal gespannt. Ich geh jetzt hier noch... Ich würde nur noch sagen, wir gehen auch in Stufe 2 Planeten. Da gibt's mehr Rohstoffe. Ah, du bist schon wieder Rohstoffgeil. Ja. Vor allem da gibt's auch... Ein bissl mehr Gold. Also wenn du mit mir dann noch hinkommst, dann... Ich ähm... Ich ähm... Am besten... Wir suchen uns dann Dschungelplaneten. Weil wir brauchen unbedingt Pflanzenfasern. Ja. Ja. Warme. Hast du genug Kohle? Ja. Denk schon. Ich hab grad noch was gefunden. Oh, da muss ich nochmal anklopfen. Der Hübe. Wir brauchen den Hübe. Im halben Berg zum Einstutz gebracht. Musst du nochmal sein. Du baust dir jetzt schon neue Rüstungen, wa? Ich hab's in das Video schon gesehen hast, in der Kiste hab ich sortiert nach, nach, ähm... Ah ja. Ja. Wie hast du sortiert? Ja, so halt, ne? Warte mal, ich seh hier glaub ich ne Höhle, ne künstliche. Ne, doch nicht. Oh, scheiße. Doch, wir brauchen Silber, sonst kriegst du keine Rüstung. Da ist ein Zelt. Wir hören. Wir brauchen Silber. Mhm. Vielleicht für dich nicht. Was? Mit Brustpanzer kriegst du vielleicht nach hinten neun, aber du brauchst auch. Ja. Cool Rebelshut. Das ist der Geile, der so cool aussieht. Das ist der Stahl. Ich mag diese Schusswaffe. Du hast deine doch Honor, oder? Ja. Stahl, 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 Stahl. Stahlbogen kannst du denn auch machen. Ja. Ja. Mach Kohle und... Boah, Kohle ist hier jede Menge. Also, Eise haben wir ja genug, gell? Du kannst dir noch einen Brustpanzer machen, ne? Wie du möchtest. Ja, ich will eigentlich dann... Nur wenn ich spiele, nehm ich dann halt auch. Quasi. Und ihr seid dabei eh. Oh, warte mal. 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 Oder soll ich wieder hochkommen? Ich bin grad so schön am Sammeln. Hier liegt zu viel. Ein Zelt hatte ich auch grad. Oha. Aus des 200 Pixel. Im Brustpanzer. So ein Zelt kann man nämlich auch mal, ähm... in der Höhle aufschlagen. Bedeutet? Und schützt vor Kälte. Hackehacke, Peter machen. Ich hackel ja schon. Aber Monster hacken, ne? Soll ich nicht jetzt was machen kann, aber ich schütze die Fieber nicht. Bloß die Waffe sind ja schlecht. Die fällt in der Erde, äh Sand wenn sie sterben. Was ist das denn? Ich brauche eine Waffe. Was ist denn jetzt hier, Alter? Die Sandschlucht. Bring mal Fackeln mit. Ach nee, du hast keine Faser, ne? Doch. Wir wollten auf den Stufe 2 Planeten. Ach ja. Du hast gesagt, du wolltest wieder runterkommen. Hm. Ich bin wie, wie, wie Gron. Der läuft ja auch da einfach durch. Ach guck mal hier und da drüben ist noch was. Jetzt guck ich da noch mal kurz. Hm. Sag doch mal ein Machtwort. Komm hoch. Ja, warte, ich bin noch unter der Erde. Ich buddere mich grad nach oben. Das kannst du später als Beweisfideo alles nachlesen und sehen. Mhm. Ich bin hoch. So, ich komm hoch. Oh. Dann sind wir gleich. Ah, guten Tag. Hallo. So, packe ich erstmal die Rohstoffe ein. Da. Okay, was haben wir denn? Ähm. Die Sternenkarte muss ich mir erstmal bauen. Ne, diesen Ambros muss ich mir bauen. Was? Wie heißt denn mein Auftrag? Gar nichts. Ich hab keinen Auftrag. Schau mal. Hm? Was ist das denn? Mr. Sushi-Mann ist wieder da. Die haben pro Waffe 20 DBS oder ich hab grad 40 DBS. Hast du die Sternenkarte noch? Ne, ne? Die hast du eingesetzt. Ja. Ja, du hast die noch? Ja, ich hab sie eingesetzt. Also. Brauch ich Pixel und Eisen? Ähm. Ja. Ich verbacke mal das Eisen, was hier grad da ist. Hab ich nicht ne schöne Rüstung. Ach du Scheiße. Ich hab noch. Ähm. Guck mal her. Kettensägen-Mann mit nem Sushi-Messer. Ah. Oh. Hm. Na egal. Ich hab's grad in den Ofen gepackt. Hm. Star Map-Upgrade. shells explosivetmäßig. Ja, ich möchte mich jetzt am liebsten übergeben. Luhl laughing habe ich ausgeedoen. Du luhl in nur weisen. Aber ich... Weil ich möchte den Helm besitgen. Was du dafür trägst ist die Wucht? Nein, ich bin... Schein, verdammt. 500 Pixel kann ich mir nicht holen. Ah, hm. Steelhunting-Bow. Robotic Crafting Table? Nee, das kommt später. M-m-m-m-m. Soll ich schon mal fliegen? Ja, ich muss ja nicht mal runter, hast du eigentlich recht. Aber... Bitte, bitte Dschungel. Dschungel Level 2 oder sowas. Dschungel Versuchungen. Dass wir ein paar Fasern kriegen. Wo mach ich denn diesen blöden Amboss, verdammt? Amboss, Max, ne, Amboss... Raft der Kampel, Max, Amboss. Du brauchst den Amboss, dann normale Amboss, dann schon an Graf der Kampel. Amboss, mach da, brauchst du Amboss. Betracht, ne, ich hab zu wenig Pixeln. Bein Wambl. den ambos kann ich noch machen forest naja forest hat auch Fasern da war ein kleiner Dschungel, ne ein mittlerer Dschungel ne das ist ok, da sind ganz viele, oh das ist schön da ist ein Mond, normaler Dschungel da war Arid, ja ok, wollen wir hier hin? ja bitte auf zu neuen Sternen, auf wie geht's äh, Refinery bräuchten wir auch, ja, den Granite Extractor brauchen wir sowieso stimmt, wir müssen nicht hin, ne aber die Silberdinger, die kann ich alle nicht bauen ach doch, hier ist ja noch Silber ja, bissl noch na, dann nutze ich das mal Hackepeter, Hackepeter, Hackepeter äh, wieviel hab ich denn da das mach ich nicht, sonst freu ich mich ja gar nicht auf den Planeten wo ist denn meine Silberhutte da? gut, dann der ist schon wieder unten, ich will noch nicht mal schlafen, du auch nicht oh cool, wir sind wieder angegriffen und und oh, da kommen wir weee ich passe hier nicht mehr hin mach die Pflanze kaputt was ist das denn wir sind schon wieder, oh, da ist ein Boss ey du hast mir grad mein Bett geglaubt mach mal, mach mal hier zu mach mal irgendwie einen Schussfeld frei nicht weiterlaufen nein woho äh oh, um Schaden zu nehmen Mr. Stormslasher dein Bett? ja, da ist ein Bett geglaubt da was hab ich denn da gekriegt? du musst ein bisschen abmausen da haben wir schon mal so ein Monster ähm, 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 ähm ach so wo sind die Waffen jetzt hin? ich hab doch eine Waffe gekriegt ach da oh oh ah ein Händer, besser wie mein Zweihänder ja, das ist normal mittlerweile welchen Waffenschaden hast du denn? ich hab mal 20 pah dann bin ich schlecht aber ich hab halt kein Sohn gebraucht, ne? mit Feuerschaden warte doch mal auf mich ja äh was denn? wie weise ich denn auch mal diese Hände zu? ne da muss ich auch mal reinziehen lalalalala war hier was? hast du schon Pflanzenfasern gesammelt? nein ein bisschen oh, was ist das? silber äh, ich mach mal ein paar Mullbinden na toll eine ich mach mal eine Mullbinde ich will auch Spie haben ich hab's auf dem ersten Planet, wo ich war, alles gefunden toll hier ist silber alles cool op brauchen wir ich seh zwar nichts, aber ich grapere einfach mal kupfer oh äh aua hä, schmeiß' dich mit Feuer? oder mit Stein? äh fuck Ja, du könntest mal schlafen oder so. Oh, oh. Das ist Wasser. Wieso sind denn meine Haare so nass, das ist ja komisch. Ich will wieder einfach das Material oben reinziehen, wie ich mir das hier hab. Koso betrat den Kanal. Also Koso. Jetzt fände ich dir selber. Ciao. Oh, der ist glücklich, 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 glücklich. Er war nie, er war nie. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist denn so denn eine Aufnahme? Ah, jetzt geht's. Ja. Wir hören, wir sind gerade eine Aufnahme. Ach doch nix. Und hier wird nicht gearbeitet, oder was? Natürlich. Haben gerade eine Runde Starborn angefangen. Ah, ja. Soll ich jetzt meinen Rotz dazu beitragen nochmal? Ich hab... Jetzt legen Glückwunsch. Ich hab schon geträumt von den ganzen Klötzchen. Ja. Weil die Festung ja noch fertig werden muss. Ja, immerhin hat er gerade so eine Zauberwürfel gewürzter Kraft, was sie gärgelt. Ja. Eine Zauberwürfel. Ah. Das hab ich doch richtig verstanden. Ach der. Ja, ich hab's nie geschafft. Hallo. Auch nicht, aber ich egal. Diese 9 x 9 Farben. Nein? Neun x 9? Blöcke. Ne, Klötzer. Na, du weißt doch, was ich mein. Toll. Wenn du die ganzen Fasern sammelst, muss man auch die Binden geben. Oh, eisig. Oh. Oh. Hier kommt was. Hier kommt irgendein Land. Ich glaub ne Burg. Das glattes Land. Oh, das ist ja geil. Beedle, sowas hatten wir noch nicht. Was denn? Ein Piratenschiff. Geil. Komm wir da hoch? Komm wir da hoch? Komm wir da hoch? Nice wheel. Oh. Oh. So nicht. 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 Komm mit mir. Irgendwie mit hoch. Oh. Ich find so doof, hoch zu springen. Haha. Wo du mich die anhand ein? Komm. Ich komm da. Komm. Wie weit ist es denn noch? Ist das Piratenschiff im Weldahl oder was? Ahhhh. Hahaha. Hahaha. Haha. Hahaha. Hahaha. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. falsch. Hahaha. So kurz vorm Ziehen. Ich hab's schon so doof. Hahaha. Ja. Euch klappt, oder? Ah. Geil. Hahaha. Hahaha. Ich bin aus höchster Höhe runtergekracht. Hahaha. Hahaha. Oh. Wie viele Planeten gibt's denn hier? Wo sind wir überhaupt? Hallo. Guten Tag. Hahaha. 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 Eine Kiste. War das ein großer Planet? Flixeln. Nein, mittel. Sonst geh ich mal anders rum. Dann würd ich nur dann schnell nicht machen. Wieso? Weil ich, wie gesagt, ein mittlerer Planet war. Ist so weit sind wir noch nicht gelaufen gewesen. Meistens sind die Dinger doch auf der anderen Seite der Erde, oder? Sagen wir mal, was es da gibt. Ähm. Wenn ich Glück hab, ein Händler mit, äh, Waffen. Einen Schuss machen. Du hast jetzt eh mehr Pixel als ich. Wieso haben die noch keinen gefunden? Boah. Wie schwer war denn das Monster gerade? Häääh? Verdammte Scheiße. Ah, ich hab, ich hab was gemacht. Du hast sie angegriffen? Jaaa. Ich wollte aber, dass Vieh ich töte, das da oben ist. Ach du Scheiße. Das heißt, wir können da jetzt nicht mehr hochgehen. Doch, wir schicken da mal.